so und damit herzlich willkommen zurück zu das erwachen genauer gesagt zum siebten part von das erwachen wir sind das letzte mal mit einer kutsche hier angekommen werden uns so gleich umsehen um die letzten paar noch kurz zusammenzufassen es ist nicht wirklich dramatisch es passiert spannendes passiert außer dass wir in einer alten ruine ja nachgeforscht haben was es da so ein schätzen gibt ja ansonsten sind wir dann eben noch quasi also im prinzip haben wir ganze zeit nur darum gekämpft ein bisschen gold zusammen zu kratzen um uns das kutsche ticket zu leisten um eben hier diese stadt zu kommen ja dann wurde noch ein ich sag mal fürst der finsternis erweckt also jetzt nicht wirklich erwähnenswertes alltägliche dinge geben und ich würde sagen dann werden wir uns einfach mal hier ein bisschen umsehen da muss ich im moment nicht rein hallo guten morgen jünger mann gerade frisch angekommen in goldenburg genau ich will auf die akademie der magischen künste wo interessant aber du bist aber bist du nicht ein bisschen spät dran die anderen schon bereits vor tagen eingetroffen ja ich hatte da so ein paar probleme naja vielleicht gibt es ja trotzdem viel glück auf jeden fall die akademie liegt jetzt ganz im norden von goldenburg in ordnung dankeschön okay ich verstehe das verstehe ich dann doch nicht so ganz weil hier hier kann man diese stelle hier kann man nicht passieren komischerweise ich glaube das sollte nicht so sein ja und da kann man durchlaufen okay das soll auch mit sicherheit nicht so sein also passiert fehler also hier ist eine schilder betreten sollte aber nicht kann und hier ist eine bestimmte die man nicht betreten sollte aber betreten kann also bis jetzt weiß man kann hier durchlaufen das sollte ja nicht so sein so war ein schöner aber leider keine äpfel nehmen schade hallo echo hat das schon wieder immer wieder geil ja tut mir leid wenn ich jetzt vielleicht alles sehr detailiert hier prüfe mit passivfedern und so aber das gehört halt auch dazu zum test wow das ist also goldenburg so groß dann wollen wir mal es müsste mal wieder ordentlich regnen sonst verdrucken die ganzen blumen hier dann weil die arbeit völlig umsonst da kann ich gar nicht interagieren da steht noch nicht mal dass ich da nicht rein muss gut da ist dann sollte erstmal nischt okay interessant akademie der markischen künste ok dann gehen wir da auch gleich direkt lang kunststation ost friedhof kunststation west alles klar vielleicht sollte ich zuerst zur akademie gehen ja also ich hätte ein bisschen komisch dass eben bei manchen türen so steht dass man neben der ersten gesunde und bei manchen türen wenn man dahinter drückt dann passiert irgendwie gar nichts sollte dann würde ich das vielleicht auch so wie bei der tür machen das an dem steht dass man zur akademie gehen soll wo die katze sagt auch nicht okay also ich glaube ich das wollte ich nicht na kleiner hast du dich verlaufen pass bloß auf ist eine gefährliche gegend hier ich mag die wenig was willst du hier dieser typ da kommen irgendwie seltsam bekannt vor vor sich hin kommt fischlein 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 nicht zufällig kritzelfische das muss das das muss unbedingt noch gemacht werden in dem spiel irgendwo irgendwas mit kritzelfisch einbauen weil sonst kann das niemals erfolgreich sein das spiel ok hier kann ich auch nicht interagieren da haben die doch schon wieder die preise bei den fischen erhöht wenn das so weitergeht kann ich mir bald besser selbst die angst und mein glück versuchen wer soll das denn noch bezahlen ja du sagst du was gut hier kann ich auch nicht so weit machen nicht mal die hunde wollen wir reden frischer fisch heute morgen gefangen ganz frisch ja ja das sagen sie alle ok offensichtlich kann ich hier tatsächlich noch gar nichts machen solange ich nicht in der akademie war aber ich sehe mich zumal zumindest schon mal ein bisschen um so grob ok ich könnte zum kleinen explodiert gehen und schauen ob sie was neues haben ja dann macht das doch einfach ja wird wahrscheinlich bei keiner tür momentan klappen das klingt nach einem wirklich guten angebot wenn ich hier zuschlagen könnte ich das geschäft meines lebens machen ok der redet offensichtlich mit sich selbst ja wollte ich auch gar nicht ja gut ja das ist hier das letzte haus dann gucken wir da noch aber ich ahne bereits dass wir da nicht rein können alles klar dann machen wir es auch zur akademie ist doch ganz klar gut tag bürger erst noch nichts zu sagen ja gut hier ist dasselbe ich spreche noch mal mit ein paar npcs einfach guckst du auf das auge willst du wohl wissen wie das passiert ist hä will ich dir sagen der messe stecherei war das ratzfatz weg was ist dem kerl schlecht bekommen das würde ich für ihn hoffen so hat er jetzt erstmal nicht weiter entschuldige bitte aber du hast nicht so viel meine rosa haarschleife irgendwo gesehen nein leider nicht hier aber ich muss sagen hier von mapping die stadt die gefällt mir ziemlich gut also sind halt viele verschiedene häuser bauten und die sind auch gar nicht so schlecht finde ich es ist halt ziemlich abwechslungsreich das kann man auf jeden fall so lassen so was haben wir denn hier noch schönes das wird der käser stern ist wirklich sehr empfindenswert ich nächtige jedes mal hier wenn ich in der stadt bin gut zu wissen ja das gefällt mir richtig gut ja auch mit der gas häuser und hier auch auf dieser 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 vorwurf hier von dem café das doch also das finde ich schon sehr ansprechend finde ich ok und dann habe ich ihn gefragt glaubst du ich habe angst vor dir du und der sonn und dann sagte er zu mir nie im leben habe ich angst vor einer waschlappen wie dir und das schlug die fast den boden aus und ich zog blank und er zog auch blank und wir kreuzte unsere klingen aha ein franzos also schön sehr schön der neue gärtner hat wirklich etwas aus die dem also diese das anstatt eine sd ja auf jeden fall tipp jeder weil das erst befindet sich auf der taste direkt neben dem d blumenbeet gemacht das sein vorgänger so schändlich vernachlässigt hat ich verstehe können sie bitte aus dem weg gehen nicht danke ja jetzt muss wir bitte noch aus dem weg gehen was ich lass mich gar nicht mehr vorbei jetzt der trap ich habe mich gefangen ok das muss ich euch sagen also die stadt die gefällt mir schon mal also mein finde ich was also was das mapping angeht ist das führen er ist nicht wirklich schon ziemlich gut würde ich sagen da war jetzt glaube ich wirklich nicht eine map dabei wo ich sagen würde dass das irgendwie scheiße war oder so oder beziehungsweise nicht so gut bis jetzt waren wirklich alle map recht solide finde ich das gute ist halt auch eben alle dass es hier so viele unterschiedliche häuser gibt also verschiedene arten jetzt schon holzhäuser steinhäuser und diesen unterschiedlich groß unterschiedliche form und so weiter das ist auch schon mal sehr gut so was ja ich habe damals die fehler gemacht meine erste stadt dass ich immer dieselben häuser gemacht habe was jetzt auch nicht so doll ist ich meine der ein oder andere der meine previous von sonnenort gesehen hat der weiß natürlich dass ich die stadt schon um einiges verbessert hat im vergleich zum ersten mal aber selbst in der bearbeiten wir sehen uns noch luft nach oben das soll definitiv nicht so sein ja gut das soll jetzt natürlich eine steinwand sein ja ich finde sie sehr ehrlich zu dem gehweg aus was jetzt jetzt aber nicht so schlimm ist aber das hier dieser passiv fehler sollte natürlich nicht sein das ist klar weiß auf jeden fall bescheid ist denn hier noch irgendwo zu ansprechen bei dem gebäude werde ich mit sicherheit noch nicht rein können und gut ist auch dass die stadt jetzt nicht auf eine map gemacht hat sondern so verteilt also auf vielen maps verteilt unter bürger so war da nicht noch jemand genau da war noch einer mit kinder tut man wirklich seine not haben undankbare gehören da das sagt unsere sackele heute tatsächlich zu mich mama du bist total peinlich tu sich das mal einer vorstellen ist doch unglaublich eigentlich nicht so gar nicht so okay ja ansonsten geht es ja nur erstmal rauf das mit den schildern übrigens finde ich auch gut dass man sich da auch so ein bisschen zurechtfinden kann dann weiß man natürlich dass es hier zur akademie geht quasi passiert geradeaus kann man leicht finden wenn ich gleich nach hause kommen kommen wahrscheinlich muss ich erst einmal mit sie füttern die kleine hat bestimmt schon großen hunger dass ich raten genau unter die hat schon unsere tochter ist ja wirklich ein pfiffiges kleines mädchen aber manchmal macht sie mir mit ihrer abenteuerlust doch ein bisschen angst überall will sie rauf oder runter glittert oder nicht wollen wir ich wollte sie sogar mal in den bund steigen weil sie das hier wollte ob da unten ein schatz versteckt ist ich frage mich wie es wurde unten im brunnen aussieht ich habe man gehört da unten ist ein egal ja ich weiß schon was da unten sei soll so da geht es weiter hier noch Donnervetter oha wir sind in Hogwarts angekommen ich meine natürlich in der magischen akademie prächtig prächtig das ist also die akademie der magischen künste krasses teil in der tat das ist wohl ein statue vom gründer der akademie so dann gucken wir mal was wir hier schönes haben diese verschlossigen wo es das haupteuer gut dann macht man das auch vor ich gucke mal ob hier hinten auch vielleicht ein secret oder so ist bisschen komisch dass man hier nicht so vorbei kann obwohl ein freie fläche ist das würde ich vielleicht auch noch mal ändern da ist so ein großer platz da sind paar dixi klos ok ansonsten gibt es hier soweit nichts besonderes so dass hier diese statu von dumbledore gut dann gehen wir erstmal hier rein wo wir sind hier los tag der einschreibung bei den schon vor ein paar tagen ach pustekuchen schön wärs gewesen aber hier in den laden geht gerade alles drunter und drüber verstehe ich nicht na komm mal ran hier auf meter hab keinen bock hier durch die ganze halle zu brüllen äh klar hi ich bin ähm jikun aus friedberg das liegt oben im norden kennt aber keine sau ich bin will aus felizium das kennt auch niemand hallo will schön dich kennenzulernen gleichfalls jikun hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt dass du ziemlich groß bist ja hier im süden höre ich das öfter aber bei uns oben im norden gelte ich als völlig normal groß du müsstest mal mein vater sehen bist du übrigens ein weißer oder ein schwarzer weißer magiezweig oder schwarzer magiezweig ach so weißer ah cool dann stehst du hier in der reihe richtig und du bist garantiert mein zimmergenosse hab ich schon gefragt wo du bleibst ähm zimmergenosse tag der einschreibung was ist hier eigentlich los na ich fange am besten ganz nach vorne an alle neuen schüler müssen sich einschreiben lassen und das machen sie hier mit einer magischen tinte blöderweise ist die den magien aber ausgegangen und auch der lieferant hatte schwierigkeiten mit anderen worten sitzen wir hier seit tagen rum und machen nichts denn ohne einschreibung gibt es kein unterricht sie haben uns rumgeführt und unsere zimmer gezeigt aber das war es auch und darum weiß ich dass du mein zimmergenosse bist wir haben ein dreibett zimmer für die mädchen und zwei doppelzimmer in einem schlafen enio und jilbert im anderen schlafe ich derzeit alleine aber eine klasse besteht immer aus sieben schülern ach so aber das mit dem schwarzen und weißen zweig habe ich nicht ganz verstanden na die akademie ist in drei teile äh gegliedert im rechten teil werden weiß magische zuspräche gelehrt im linken teil schwarz magische der mittlere teil ist für beide zweige hier gibt es den speisesaal das bad und so weiter leer und schlafräume sind die jeweiligen flüge ach so ist das also ich habe mich schon die ganze zeit gefragt was mit dem weißen zweig äh was das mit dem weißen zweig auf sich hat ja aber sag mal wieso bist du eigentlich so spät das ist eine lange geschichte ist auch eine lange schlage also ich habe außer warten nichts anderes vor in ordnung dann passt mal auf guten tag wie lautet euer name guten tag ich bin vielleicht aus felizium ah herr eichenbrück wir haben euch bereits vermisst wir dachten schon ihr kommt gar nicht mehr ich wurde aufgerissen euer glück dass ich ein paar probleme hatten ansonsten hätten wir euch nicht mehr aufnehmen können ui habt ihr euer einladungsschein bei euch klar hier rief der akademie übergeben liest ah ja das scheint ja alles ordentlich zu sein dann füllt jetzt bitte diesen 17-seitigen fragebogen aus oh man und überreicht mir bitte die tausende karten schuhgeld stimmt etwas nicht der eichenbrück ich habe das geld nicht wie bitte es ist doch in der einladung ausdrücklich vermerkt dass dieser betrag mit zu führen ist ja ich weiß aber ich bin auf dem weg hier ausgerufen tja aber ohne geld können wir euch leider nicht an der akademie aufnehmen so sind nun einmal die regeln aber aber ich habe ein teil des geldes kann ich nicht wenigstens eine anzahlung machen und den Rest später zahlen nun das ist so eigentlich nicht üblich bitte bitte ich bin auffallen worden und bin durch die hölle gegangen um hierher zu kommen bitte nehme ich an der akademie auf was kann ich dafür wenn die leute mir kein gold geben wollen ich verspreche auch hoch und heilig dass ich das viele gold schnorren abarbeiten werde na gut ich werde erstmal das geld als anzahlung nehmen das ihr bei euch habt dann werde ich mit dem direktor überreden wie es mit euch weitergeht ihr seid also nach dem ausfällen des fragebungs in term mäßig an der akademie aufgenommen die letzte entscheidung trifft der direktor danke vielen vielen dank schon gut wie viel geld habt ihr denn viel zu wenig das ist ein bisschen komisch angehört damit habt ihr 215 druckarten eingezahlt wie weit seid ihr mit dem fragebogen fertig ah ja sehr schön gut dann vorerst einmal willkommen an der akademie der magischen künste danke und ich habe wieder kein gold es ist furchtbar quest schulgelb begonnen oje au uff passt doch auf entschuldigung ist alles in Ordnung nein ich glaube du hast mir mit deinem holzkopf das stirnbein zertrümmert hä du trampeltier jetzt heul mal nicht so rum du halbes sodass zusammenschloss jetzt auch nicht halte ich bloß von dem kerl fern will das ist ein schwarzer klar das ist der spruch von euch spüren kommen muss ihr haltet euch ja eh alle für was besseres pah komm will wir gehen äh das könnte der potenzielle draco mail voll werden ist bei dir alles in ordnung adario mir brummt der schädel sonst geht es danke giacinto äh schon gut komm gehen wir auf unser zimmer vier wochen zuvor also gut was wollen wir spielen ich höre für fangen klar weil du ja auch der schnellste bist und ich bin stolz drauf doofmann können wir nicht vater mutter kind spielen zu fünft außerdem ist das ein doofes für mädchen wie wärs denn mit verstecken versteckt klick gut das ist zumindest nicht so anstrengend nicht so gut wie fangen aber immer noch zehnmal besser als vater mutter kind versteckt finde ich auch gut dann müssen wir nur noch das definieren hä was müssen wir defibrillieren na wir müssen uns halt darauf einigen wo man sich verstecken davon vor nicht wir müssen ein gewissen umkreis machen achso dann sagt das doch habe ich doch aber in so fremd worden aber wie auch immer wo spielen wir denn ist doch klar auf dem ganzen anwesen zusammen mit allen feldern das ist doch viel zu groß vielleicht nur um den see rum das ist dann wohl doch ein wenig klein dann vom haus der herrschaften bis zum zaun klingt gut können wir es nicht noch ein bisschen klebs die große war zumindest bis zur ab 2 laterne vor dem zaun dann ist wenigstens ein bisschen fällt mit dabei in ordnung aber nicht in der hütte gut aber als herrenhaus auch nicht warum nicht weil wir da nicht rein dürfen da das wäre unfair ja gut oder unser haus wer sucht ich nicht ich will mich verstecken ich auch nicht jetzt natürlich ab da da ja klar und dann bist du bist alles klar das erste ja gut dann fang ich an stell dich da vorne einen dicken baum wo die flinkpilze stehen und sell all deine finger und zählen ab 20 rano das ist zählen bis 20 ist doch egal wie das heißt hauptsache zählt so weit damit wir uns verstecken können und dann hast du zeit zu finden bis der sand einmal durch die uhr gelaufen ist ja die uhr die die herren benutzt benutzt stand da gerade habe ich das richtig gelesen das sollte so sein ok benutzt egal drei minuten also in der zeit finde ich locker alle vier von euch das glaube ich erst wenn ich sehe ich wette dass du mich nie findest nicht findest na dann warte erstmal ab fangen wir jetzt an so weit allein im baum steht und zählt in ordnung bevor ich das mache sehe ich mich aber erst mal um damit ich dann schon ungefähr bescheid weiß wo man sich eventuell verstecken könnte so wir spielen jetzt also hier den den ich sag mal den potenziellen draco melfoy des spiels wahrscheinlich ja so eine art wie der sache von von dem protagonisten will naja und quasi ist das jetzt rückblende also vier wochen bevor er dann quasi in der akademie war finde ich aber recht interessant dass man jetzt auch mal hier aus der sicht eines anderen charakters spielt ok hier ist wahrscheinlich wo ich zählen muss aber ich gucke mich noch ein bisschen rum so viel zeit muss sein ja ich möchte nicht ist aus dem spiel schon länger mein freund na dann mach das mal wer bist du denn schönes junger herr bitte macht euch nicht muss ich sonst wird jahren sehr zornig ok hier halten also sklaven hier gut so viel dazu schon ein paar potenzielle verstecke suchen so wer ist das denn ich hoffe der junge er hat viel spaß das wird sich gleich herausstellen in siegen der götter mit euch jungen herr ok danke guten tag gut so dann sprechen wir noch mal kurz 1 2 3 4 5 6 7 8 19 12 13 14 15 16 16 19 20 ich werde mir ganz genau jedes ich verstecke ansehen müssen alle zu finden aktions hast du drückt bei der stelle an der das ein der kind sein könnte ich komme dass ich doch schon was blubbern das sehe ich doch schon ein halb versteckt dass nächster So, ansonsten ist da keiner mehr, okay. In der Kiste vielleicht. Ah, ein nettes Verstück. Ja, das finde ich auch gar nicht, Mensch. Ähm, im Boden vielleicht? Nope. Aber im Sack bestimmt. Oh, aber in der Kiste. Auch nicht, oder? Das nicht nur eins. Ich habe euch alle. Das war lustig. Ja, obwohl ich kein gutes Verstück hatte. Du hast vier von uns gefunden. Du bist gut. Aber, dass du mich gefunden hast, hätte ich nie gedacht. Ich schon. Ich bin eben super. Pah, Glückstreffer. Na, so toll war dein Versteck auch nicht, Rano. Auf jeden Fall kreativer als deins. Spielen wir noch ne Runde? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal meine Küche helfen. Warte, du hast noch Zeit, kleine Schwester? Ja. Klar. Auf nochmal Verstecken habe ich keine Lust. Nicht doch lieber fangen? Ach, ne. Wir können auf Baden gehen. Das war's ja super heute. Das spricht wohl immer aus Erfahrung. Baden klingt gut. Bin dabei. Och, ne, ich nicht. Ich guck mal, ob man schon mal Hilfe baut. Dann freut sich die Ehren auch. Rano, Schwester, ist voll die Spaßbremse. Ihm sagst du dir das. Ich bin immer froh, wenn ich nicht zum Holz hacken oder auf die Felder muss. Sie war schon immer komisch. Was ist denn jetzt mit Baden? Bist du dabei, Andario? Mutter mag es zwar nicht so gern, wenn ich im See bade, aber ich bin dabei. Super. Dann mal los. Ich muss mich nur noch eben umkleiden. Meine Badesachen sind im Haus. Badesachen? Wozu war das dann? Komm ich einfach so rein. Aber dann wäre meine Sachen nass, Mutter würde sehr zornig werden. Ja, dann zieh sie halt aus. Äh, gut. Aber wo? Ach man, Andario, stell dich einfach hinter den dicken Baum von Fren und zieh dich aus. Gute Idee. Aber beeil dich. Ah, okay, man kann schon gehen. Und durch die durchlaufen? Ich guck jetzt mal, was die so machen. Hm. Nett. Hm. Nett. Ich spreche ja lieber nochmal. Und umkleiden. Ich bin fertig. Na dann komm her, stell dich neben mich und wir springen alle zusammen ins Wasser. Ah, da bist du ja endlich. Entschuldigung, es hat aber erst gedauert. Ja gut, macht ja nichts. Wir laufen gleich zusammen los und springen ins Wasser. Wer weitesten kommt? Das bin sowieso ich. Sei nicht immer so. Ich kann auch weit springen. Darf ich mal lachen? Wart's nur ab. Hört auf zu quatschen. Ich will baden. Wir laufen alle los, wenn Andario von drei runtergezählt hat. In Ordnung. Also macht euch bereit. Temma? Bereit. Jorgi? Absolut bereit. Adario? Bereit. Ich bin auch bereit. Gut. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Na, wer ist jetzt weiter gesprungen? Pah, reines Glück. Aber wie weit ist Randall denn gesprungen? Wer kann, der kann. Ich würde sagen, wir haben einen Sieger. Und einen Verlierer auch. Ich bin halt nicht so gut im Springen. Ich hab doch gesagt, dass du üben musst. Das Wasser ist heute wirklich schön warm. Fast schon ein bisschen zu war, aber geht gerade noch. Du hast auch immer was zu meckern. Kannst ja versuchen mir das auszutreiben. Na, wer von euch schafft es mich von der Sandbank zu werfen? Was meinst du darüber wollen wir? Hm, ich weiß nicht. Das hab ich ein paar mal mit Giacinto gemacht, aber immer verloren. Ja gut, Giacinto ist ja auch echt stark, aber das da ist nur Yorgi. Hey, das hab ich gehört. Gut. Also, Dario. Ja, probieren wir's. Super, also pass auf. Tusch, tusch. Jungs, so typisch. Jetzt. Du packst seinen linken Fuß und ich den rechten. Habe ihn. Hey, das ist nicht fair. Joa, Gerardo, wo treibt ihr euch wieder rum, ihr Faulen? Ähm, ja, das Wort werde ich erstens nicht aussprechen und zweitens bin ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob man dieses Wort so frei in einem Spiel verwenden darf. Ich würde aber tatsächlich sagen, nein. Dann würde ich da eher irgendwas anderes da hinschreiben. Ich sag jetzt einfach, äh, ihr faulen, ähm, Säcke. Ich habe gefragt, wo ihr seid. Das ist Aufseher Brand. Oh, verdammt. Antwortet mir endlich. Wir, wir sind hier Aufseher Brand. Na, wo ist er denn? Oder? Der Typ erinnert mich irgendwie ein kleines bisschen an den Governor aus Walking Dead. Ähm, was macht ihr da in dem Scheißsee? Versucht ihr vielleicht, euch die, äh, schwarze Farbe vom Leib zu waschen? Da könnt ihr schon bis zum jüngsten Tag. Anständige Weiße werden, äh, aus solchen wie euch nie und nimmer werden. Ja, Aufseher Brand. Ich habe euch eine Frage gestellt. Was bei allen Göttern tut ihr da in dem verdammten See? Wir baden Aufseher Brand. Baden? Seit wann kommt denn solche Untermenschen wie ihr auf die Idee zu baden? Ihr verpestet doch nur das Wasser, ihr Scheiß. Säcke. Also ich, äh, ersetzt das Wort eigentlich jetzt immer, äh, mit Säcke. Äh, eingreifen. So etwas sagt man nicht. Wie bitte? Das N-Wort. So was sagt man nicht zu anderen Menschen. Ich muss mich wohl verhört haben. Nein. Ich bin Adario Salmuranes. Äh, und ich verlange von dir, dass du keinen hier mehr als, äh, ja, Säcke oder Untermenschen bezeichnest. Ich arbeite für euren Vater, junger Mann. Nicht für euch. Und euer Vater gibt mir freie Hand meine Sklaven, weil er weiß, dass ich so mit ihnen gehe, wie es nötig und richtig ist. Und solange er mein Boss ist und nicht ihr, werde ich auch so weiter verfahren, ist das klar. Aber das weiß sein Vater eigentlich, dass er einen, äh, Säckefreund großzieht. Äh, dachte ich's mir doch. Ich, von einem verweichlichen Säckefreund, okay, langsam wird's ein bisschen lächerlich mit dem besetzten Wort, äh, wie dir lasse ich mir bestimmt nichts sagen, Würschchen. Aber lauf gern zu deinem Vater und heul dich bei ihm aus. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Na, nichts. Tja, dann wär's, äh, dann wär das ja wohl geklärt. Und jetzt, sie endlich auch verdammten schwarzen Ärsche aus dem Wasser, bevor, äh, die Fische krepieren. Oder muss ich erst die Peitsche holen? Nein, aufseher Brand, wir, wir kommen schon. Rano und Jörg, ihr kommt mit mir. Thema, scher dich ins Haus und macht dich völlig nützlich. Junger Herr Dario, junger Herr Dario, kommt bitte ins Haus. Euer Vater möchte euch sehen. Manu Tara, na los, Kleider Herr. Deine Säckekinder, Frau Ruf, nach die Husch-Husch-Kleider waren. Okay, äh, ist natürlich interessant, dass, äh, das Thema Resismus hier in der Spiel behandelt wird. Äh, ist sicherlich gar nicht so schlecht, mal sowas zu machen, zu sehen. Nur, wie gesagt, das eine gewisse Wort würde ich dann einfach in ein anderes Wort umändern. Weil ich, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob man das so frei dann, äh, das Spiel benutzen darf. Vater, ihr habt mich, äh, ihr habt mich gerufen, würde ich sagen. Du kommst spät. Ich höre auf zu stammen und komme gefälligst näher. Mutter und ich haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben darüber entschieden, was aus dir werden soll. Zum ersten Tag des zweiten Frühlingsmodus wirst du die Akademie der magischen Künste in Goldburg besuchen und dich für den schwarzen Zweig einschreiben. Hm, bisschen ironisch, oder? Äh, vielleicht schafft man es dort, endlich aus dir einen richtigen Mann zu machen, der vielleicht auch eines Tages dieses Haus und die Familie führen kann. Ich soll was? Willst du etwa sagen, dass ich unverständlich sprechen würde? Ich will da nicht hin. Ich erinnere mich nicht daran, dich nach deiner Meinung gefragt zu haben, Sohn. Deine Mutter und ich haben entschieden und du wirst gehorchen. Die Diskussion ist beendet. Ich widerspreche, solange es geht. Ich werde nicht zu dieser blöden Akademie gehen. Wie bitte? Ich werde nicht gehen, sondern hier bei Jacinto, Yano und Yogi bleiben. Das sind meine Freunde. Ich gehe nicht weg von ihnen. Jetzt wirst du mir mal ganz genau zuhören, mein Junge. Jacinto mag hier aus gutem Hause stammen, aber was deine Freundschaft mit diesen zwei Säckekindern angeht, so kann ich dir nur sagen, dass Mutter und mir dies schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge ist. Dein Verhalten bringt Schande über unsere Familie. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wie das aussieht? Der Sohn eines Salmuranes und der spielt mit Säcken? Dein Verhalten beschämt unsere Familie. Wir haben einen Ruf zu verlieren, aber dem jungen Herrn ist das natürlich egal. Ja, er genießt nur die Annehmlichkeiten unseres Wohlstands und muss sich um nichts kümmern. Aber damit ist es jetzt vorbei. Deine sogenannte Freundschaft mit diesen zwei Säcken ist ab sofort beendet. Nein, ist hier nicht ich. Halt den Mund! Du wirst dich nicht länger mit diesen schwarzen Unterwünsche einlassen, damit das klar ist und wage es nicht mehr doch einmal zu widersprechen. Doch. Aber für den schwarzen Zweig soll ich mich trotzdem einschreiben, obwohl alle schwarzen so schlecht sind? Das meine ich genau. Vorsicht, junger Mann! Du wagst es, die hohe Kunst der schwarzen Magie mit diesen Untermenschen zu vergleichen. Rano und Jorgi sind keine Untermenschen, sie sind genau wie ich. Nein, das sind sie nicht und irgendwann wirst auch du diese Göttergebene Wahrheit noch verstehen. Du Schande dieser Familie! Ja, sehr sympathisch, der Vater auf alle Fälle. Außerdem habe ich Jorgi und Rano heute verkauft. Brandt ist gerade dabei, sie ihrem neuen Besitzer zu übergeben, dem Vorsitzenden einer mächtigen Bergwerksgesellschaft. In den Minen kommen diese zwei nutzlosen Taugenichtse endlich mal ans Arbeiten. Was? Das kannst du nicht machen. Jetzt zählt du mir nicht, was ich mit meinem eigenen Tun tun kann, Junge. Und jetzt scherst du dich auf dein Zimmer und dort wirst du bleiben, bis du deinen Hitzkopf gekühlt hast und dich bei mir für dein Verhalten entschuldigst. Ich denke nicht. Drei Tage später. Sie haben mich auf mein Zimmer gesperrt, damit ich darüber nachdenke, was ich getan habe, als ich Vater widersprochen habe. So, und bevor wir dann hier weitermachen, werde ich speichern und damit beende ich den Vater noch an der Stelle. Hat mir wieder schön viel Spaß gemacht. Ja, jetzt haben wir hier mal ein interessantes Thema, was ich so eigentlich auch noch nie in einem Makerspiel gesehen habe. Nämlich das Thema Rassismus. Das könnte durchaus interessant sein, was damit so noch gemacht wird. Und ja, wie gesagt, im Prinzip haben wir uns jetzt nur kurz in der Stadt rumgelogen gesehen. Wir sind in der Akademie angekommen. Ja, es gab jetzt hier dieses Flashback. Und ja, wie es dann weitergeht, das werden wir dann eben im nächsten Part erfahren. Bis dahin. Macht's gut.